Ja. Da braucht der echt Kodierung überlastet. Ja, ich würde ja was anderes in Erwägung ziehen. Aber normalerweise funktioniert das doch immer. Bam, bam, bam. Das liegt hier bestimmt an einem schlechten Einfluss des Nagas. Der macht den ganzen Server strubbelig. Das merke ich schon. Ähm. Ein Nager kommt seltener lang. So. Bom, bom, bom. Ja, das wollte ich eigentlich jetzt weniger in der Hand halten, aber naja. Nö. Ist es eigentlich so klug, ein Dschungelbiom hier direkt vor die Tür zu setzen dann? Hat da jemand Erfahrung mit? Ich frage für einen Freund. Äh, übrigens ein Grund, warum wir hier noch auf der 1.26, äh, zocken ist, ähm, es gibt noch kein Forge für die 1.27. Äh, 1.17, nicht 1.27. Entschuldigung, für die 1.17. Wir spielen noch für 1.16.5 und, äh, 1.17.5 gibt es, äh, 1.17 gibt es schon. Äh, aber es gibt noch kein Forge. Kein Forge. Ähm, und ist wohl auch gar nicht mal so leicht aktuell, wenn ich das so ein bisschen... Lüge. Äh, 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 so. So, äh, ja. Weil, äh, ich glaube, dass Java sich geändert hat. Man hat das, glaube ich, jetzt in Java 16 programmiert. Und, äh, ja. Ist wohl alles gar nicht so ohne. Das habe ich nämlich auch gemerkt, als ich, äh, die 1.17 Lokal mal testen wollte, äh, und irgendwie mit meinen Java-Einstellungen überhaupt nicht funktionierte. Ach, ja. Also wird noch ein bisschen spannend, glaube ich, werden. Und dann... Das war's für heute. sofern man es überlebt halten das lassen wir erstmal so stehen damit ich mich gleich gleich noch hoch basteln kann ich mich mal so viel weghauen es tut mir leid dass es hier schon wieder nur hauptsächlich schaufeln und ein bisschen terraformen ist könnte man natürlich bestimmt auch offscreen machen aber ich finde dann geht einem immer so ein bisschen was verloren das wäre natürlich doof irgendwie auf einer weise und daher machen wir es so hau ab mit deinem scheiß ei ich hasse deine eier sachen die irgendwie komisch klingen wenn man darüber nachdenken wenn man sie ausgesprochen hat naja so dinge die über die man nicht nachdenkt dann sind es dann im übrigen bin ich einfach mal hier drüber war auch nicht geplant ach da hätte ich vielleicht auch noch lassen sollen könnte eigentlich bestimmt noch einen weiter runter gehen würde mir bestimmt auch noch gefallen da müsste eigentlich hinhauen landen oh entweder kommt die fehl gerade wieder oder die hunde haben einfach nur spaß an die tür zu rennen nein schon wieder meine schaufeln schon wieder weg warum ist die schaufeln schon wieder weg warum ist die schaufeln dann schon wieder weg it's the end of the schaufel das ende einer schaufel kam Sie war kurz und schmutzig-lähmig. Naja, so ähnlich. So. Fröhliches Kindergepfeife. So. Es ist fröhliches Kindergepfeife. Von glücklich eingesperrten Kindern. Nein. Jetzt nur Spaß. Kinder, die ich einsperre, sind nicht glücklich. Entschuldigung. Das Tropenholz. Das ist aber auch Tropenholz. Ich habe gerade hier irgendwo eine Erde gefunden gehabt. Na, na, na. Jetzt aber. Flup. Uah. 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 Oh. Hoppla. So. Ja, komm, hier die Zeichen hier mit dem ganzen Zeus, ey. Kann ich eh nix mitmachen. Ups. Kann man da lieber wegtun. Ich muss, glaube ich, gleich mal meinen Rechner neu starten. Irgendwie, äh. Seitdem Aufhängen gerade, äh, ist es nicht so toll. Oh, ich glaube, die Fake kommt wieder. Ich höre nämlich schon Hundegefiepse. Es fiepsen Hunde. Das finde ich ja zu Kunde. Oh, ich könnte eigentlich, eigentlich könnte ich das ja ein bisschen hier weitermachen mit meinem Gatter. Eigentlich könnte ich meinen Gatter ja ein bisschen weitermachen. Hier so, Tropenholz. Dann hier so. Äh, das hieße, ich hätte, ey. Das hieße, ich hätte dann hier so, ne. Hier so. Flup. Eins, zwei, drei. Und dann einen noch freilassen dann, ne. Eins, zwei, drei. So. Warum ist denn hier schon wieder Krach? Das liebe ich ja. Eins, zwei, drei, vier. So sieht das gut aus. Aua. So, hier wäre der Weg dann. Ich habe eben Weg gebaut, oder? Ne, habe ich nicht. Gott sei Dank. So, das hieße, dann müssten wir hier. Eins, zwei, drei, vier. Au. Eins, zwei, drei, vier. Au. Eins, zwei, drei, vier. Au. Naja, muss man das so nah jetzt bauen? Ich weiß es gerade nicht. Vielleicht ist es vier auch zu hoch. Eins, zwei, man hört überhaupt nicht, keine Kinder. Man hört zum Glück gar keine Kinder. Nein, gar keine. Eins, zwei, drei, vier. Liege. Also, ja, im Moment. Drei, vier. Meine Rüstung ist gleich kaputt. Ich hetze mich. Ich hetze, ich hetze. Und ich liege auch. Jo. So, jetzt müssen wir eben ganz kurz essen hier mal. Essen, ey. So, habe ich denn gar keine Zäune mehr? Doch, ich habe noch auch Zäune. Habe ich Eichenholzzäune benutzt? Ich weiß es gar nicht. Ich rufe. Ich rufe. Ich rufe schon. So. Dann würde ich das. Das ist aber eigentlich doof. So müsste ich es machen. Sieht aber auch kacke aus. Hm. Toll, jetzt habe ich mich ausgesperrt. Das war auch sehr schlau von mir. So, da würde ich hier nochmal einen hinmachen 2, 4 Au 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Au Mann Ich falle Achso Habe ich eine Schaufel? Ich habe natürlich keine Schaufel Warum sollte ich auch eine Schaufel besitzen? Schaufeln sind doch was für Boah, das ist hier kaputt Schaufeln sind doch was für Mimosen Toll Na, hörst du mal auf damit, Junge Was soll denn das? Schaufeln sind für Mimosen Drum trinke ich gerne aus Dosen So, lass mal kieken Wie war das denn? Ne, so auf jeden Fall nicht War es denn so? Nö, auch nicht Hä? Okay, da wird Kakaopulver raus Kann ich die einzelnen Bohnen einfach da so gegenheften? Ich kenne mich nicht aus Ich bin kein Experte Ja, kann ich Frage beantwortet Kann ich Ich kann die Bohnen sehen Ich kann die Bohnen sehen Die Bohnen, 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 Bohnen Die Bohnen, Bohnen, Bohnen Die Bohnen sehen War vielleicht jetzt nicht ganz so schlau Naja Hier jetzt kein Gatter zu machen Aber was nicht ist Das kann ja noch werden Ich kann die Bohnen sehen Ich kann die Bohnen sehen Jetzt habe ich eh keine Bohnen mehr So, das heißt Ich bräuchte hier Äh, hier 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 Und hier Und vielleicht auch hier Da nicht Hier Bisschen Licht So Dann wird da vielleicht auch ein Schuh draus So Habe ich noch nicht vergessen Ein großer Berg Der schmelzen kann Rätsel Ist der Lustberg Ganz einfach Sind die schon fertig? Nee, ne Die Gold sind dann noch nicht, oder? Sind die so schnell? Nee, oder? Sehen die denn fertig aus? Was ist das einer gerade? Zufälligerweise? Hm Hätsel vielleicht liegend machen sollen Wäre vielleicht schöner gewesen Oder aber Ich hätte vielleicht hier doch noch ein bisschen Berg wegtragen sollen Oder ich hätte sie hier machen sollen Wäre vielleicht auch cool gewesen Vielleicht machen wir es doch noch hier Ich bin mir da noch nicht so sicher Ei weg Ich glaube hier wird es mir sogar ehrlich gesagt ein bisschen besser gefallen Dann bräuchten wir da hinten eigentlich auch gar nicht mehr weitermachen Ich habe hier mal Ich habe hier mal Erde aufgeschüttet Habe ich hier mal Erde aufgeschüttet? Ich weiß es nicht Deswegen frage ich Auf jeden Fall das gefällt mir so nicht dann Ich will ganz ehrlich sagen Das gefällt mir dann nicht so So Das muss noch ein bisschen kürzer werden Eigentlich muss es noch ein bisschen größer werden Damit Wir hier relativ Eine große Fläche haben Jetzt wollte ich mal hingucken Doch das geht bis hierhin Doch das können wir machen Doch 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 Das geht Das geht ganz formidabel Find ich doch auch praktikabel So Aber ich mache heute mal ein bisschen früher Schluss Da die Faye schon wieder da ist Von ihrem kleinen Ausflügchen Von Flugi Dem kleinen Flughörnchen Ne weiß ich nicht Äh Aber es nachher eben halt sehr laut wird Und da habe ich jetzt gerade ehrlich gesagt Nicht so die Lust Da rauf Warum mache ich das da eigentlich zu? Ich weiß es gar nicht Ehrlich gesagt Ach guck mal an Da ist Kohle Na die sollten wir uns aber mitnehmen Schau mal an Da ist die Kohle im Land Lalalalalala Oh Zack Äh Da wollten wir zumachen mit Erde Was wollte ich damit sagen So Aber wie gesagt Ich mache jetzt erstmal gleich Feierabend Und hier Wo sind da so Löcher Was machen da die Löcher Also hier ist irgendwo Party Ich höre es Das sind die Party Animals Na noch mehr Kohle Wahrscheinlich komme ich gleich direkt auf die Party Animals Das habe ich aber eigentlich weniger vor Da auf Party zu stoßen Oh guck mal Eisen So Ich glaube ich will alles zumachen Sonst haben wir hier nämlich nachher die ganzen blöde Viecher Warte guck mal da ist noch mal Eisen So Ich habe keinen Bock da gleich Äh Ne Ihr wisst was ich meine Das wäre dann nicht schön Mein Gott Warum ist denn hier so viel Kohle hier Halt doch mal auf hier Das geht nicht So Erde 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 Alles mit Erde zu klatschen Damit bloß hier nichts spawnen kann Da habe ich nämlich ehrlich gesagt Überhaupt keinen Bock drauf Dass da gleich irgendwie Äh Viecher daherkommen Oh ich sollte jetzt eh rein Jetzt wird es nämlich langsam so ein bisschen dünkel Es dünkelt Bin auf dem Weg Und damit verabscheue ich mich mal auch Wenn es nur eine kurze Aufnahmesession war Aber ich verabscheue mich Damit Ciao mit V Bis zum nächsten Mal Tschüss